Ah, warte mal, hier bin ich doch voll richtig, oder? Ich sag jetzt dazu mal nischt, ey. Bei dir ist gerade sie gleich oder gleich. Ach, dazu sei jetzt mal nischt, ey. Bei dir ist gerade nischt, ey. Wie vorhin, ey. Wie, vorhin. Meinst du, wie da... dieses Kackding da... Mit den Fahnen, hm. Entschuldigung? Ja. Ey. Du wirst die ganze Zeit dann rumprobieren, ey. Du musst ganz woanders hin, ey. Geil. Nein, schon, Alter. Und der verfickten Raketenwerker, ey. Gehen wir, die oder heiß, ey. Gehen wir, die oder heiß, ey. Die oder heiß, ey. Die oder heißen, ey. Die oder heißen, ey. Die oder heißen, ey. Die oder heißen, ey. Oh, noch ihn ohne Fahrkader. Ich hab ihn ohne Fahrkader. Schötschwarzfahrer, ey. Ah, man, das war gut. Oh Muss im losfilm Jetzt wird es interessant. So, wer ist dieser Mann? Freeman. Boah, alter Rohratze. Auf der rechten Seite war Morpheus. Auf der linken Seite ist Speed. Auf der rechten Seite ist Speed. Auf der rechten Seite ist Speed. Bap 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 bap. Oh ja. Hey, wer nen Riesentilde in der Luft schießen wo er hingehört alter. So, mal klotzen, da ist noch einer Ne, da nicht schon Woh, da ist Ah, shit, immer noch, man muss nacken Ah, shit, immer noch, man muss nacken Satellite launch system activated 20 seconds Jetzt muss ich genießen jetzt Ja, da ist noch mal ein Knappchen Oh, schön hell Und weg ist der Vibrator Riesendildo Oh, Mann, da ist Oh, Mann, da ist Oh, Mann, da ist Ich habe mich nicht gesehen, da ist Ich habe mich nicht gesehen, da ist Hm Und Schuss So, und wo fliegt der Dildo jetzt hin? Guck mal da auf dem Radar So, wo fliegt der Dildo hin? So, bitte Frau So, was jetzt? Ja, wohin jetzt da? Ja, wohin jetzt da? Ja, ist zu Aha, okay Schon davon Du hast nichts Du hast nichts Ah, wiederhören wir so mit der Kacke. Nein, nein, ist man nicht. Feiergaben. Ich glaube, bei Episode 1 oder 2 erst raus und den hochgeschossen ist noch weg. Okay, zurück. Ich will gerade, wir speichern hier mal ab. Und machen dann hier mal irgendwie einen Cutbanger. So, somit haben wir Kapitel 7 durch, Kapitel 8 und Kapitel 9. Wunderbar. Und das ist Let's Play. Ey, ey. Geil. So läuft es. Wie geil. Ja, supi. So, jetzt gehe ich mal nochmal bei mir hier schauen. Oh, auf jeden Fall, danke fürs zu gucken. Ja, kein Problem. Ist ja auch voll geil, das Game, ey. Ich hatte schon 182 Zuschauer, obwohl ich überhaupt nicht so live sehe. Krass, ne? Krass, ne? Krass, ne? Krass, echt krass, ja. So, bei mir müssen jetzt um die 700 jetzt sein, ey. Krass, echt krass, ja. Krass, echt krass, ja. So, bei mir müssen jetzt um die 700 jetzt sein, ey. Also, vorhin so um die 700, ja. 683, 90, keine Ahnung, irgend sowas. Das ist Wahnsinn, ne? Man. Ja. Das ist echt krass. Oh, krass, irgendwie. Die Leute gucken einfach nur. Ja. Wenn das erstmal richtig läuft, ey, dann läuft das alle drei. Also, für den Streamkack hol ich mir noch diese Box, auf jeden Fall. Dann habe ich hier keine Prozessorauslastung mehr und so. Hm. Oh, ne, Emil von Ubisoft, ey. Ist... Ubisoft. Ah. Assistence Creed. Ach Gott. Ähm. Irgendeine Weltpremiere am 12. Mai, 18 Uhr. Hm. Ich gehe nicht mehr lange. Auch das noch. Den Link schweiß ich mir mal, oder? Ah. Und naja, werde ich mir erstmal... Projekt Gas aufs... auf den Zahn tun. Weil da braucht man auch ein bisschen feingefüllt... Motorik für die Fahrerei da, ey. Ja, okay, cool. Wenn der da voll Stoff gibt, ey. Das Auto ist nur am drehen. Da kriegst du keine Kurve, nichts, ey. Ist das pure Fahrerlebnis. Echt jetzt mal so. Geht voller... Äh. Ich mach jetzt hier erstmal... Twitchy zu. Hm. Es gibt bisher der Streamer. Noch. Demnächst für beide. Dann laden wir die beide. Dann laden wir alles bei dir hoch. Und dann ist gut. Ich hab hier ein geiles Hintergrund. Blöd hier für Projekthaus, wenn du willst. Oh, blöd. Ja, blöd. Oh, was ist jetzt hier? Warum lädt der noch? Ach, ey. Einfach zu machen, so Klaus. Ähm. Oh, ich werde jetzt meine Wolfenstein-Parts freischalten. Ich werde jetzt meine Wolfenstein-Parts freischalten. Ähm. X-Split-Op-Gaster funktioniert nicht mehr.